Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünscht ich so, heute ist der zweite Weihnachtstag und gleichzeitig auch Tag 13 der Winterfestgeschenke. Daher bin ich wieder gespannt, was uns Sergeant Winter hier schenkt. So, was haben wir? Slap Juice, ein Banner-Symbol. Naja, ganz interessant. Ich sag da mal danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.